Ayo, was geht von der Alkampfstadt für euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Lies of P. Das letzte was ich aufstehen geblieben, weiter geht's. Ähm, hier ist noch ein Item, das nehmen wir noch mit. Und jo, das letzte was ich aufstehen geblieben. Jetzt rasieren wir mal ein bisschen mehr die Gegner, würde ich sagen. Jetzt sollen wir räumen hier. Ach du scheiße, nochmal ein bisschen auf. Assalamu alaikum. So. Bonjour. Mein Lieber. Ah, okay. Nice. Oh scheiße. Der Boda macht ernst. Der macht richtig ernst. Jetzt haben wir den hier. Ach du scheiße, Junge. Nice, der ist weg. Der ist auch weg. Perfekt. Jetzt noch ein schönes Item. So, jetzt gehen wir jetzt mal hier hoch. Na was genau, wir haben uns alles fresh. Alter. Oh mein Gott. Warte mal, Digga. Wunderbar. 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 Den haben wir weg. So, jetzt, du. Beiseite. Da packt er sich aus, war rein, Digga. Du, Peach, Junge. Und. Und. So. Warte mal, hier schönes. Guten Tag. Servus. Ah, guck mal hier. Ja, damit. Was hat er schönes? Eine Technikkurbel, okay. Interessant. Das ist, wie auch kurz mal ein Schluck trinken. So. Nice. Oh mein Gott. Auf der Seite. Ey, du Hund. Ratte, Junge. Warte. Ach, kann ich nicht irgendwie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga. Na, komm. Na, komm her. Ah, der fuckt mich da. Verpiss dich. Teratis, wir hier. Aus der Höhe. Ich sag' ich dir ehrlich. Das ist mir zu riskant, Digga. Erstmal. Den hier aktivieren. So, Brücke nach unten. Da kenne ich nichts. Dann erstmal eine schöne Abkürzung. Weiter. Scheiße, Digga. Weil das ist mir gerade hier ein bisschen zu... Zu anstrengend. Wieder Auferstehung. Irgend so ein Dokument. Was haben wir hier noch schönes. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, Alter. Dass der irgendetwas macht hier. An Legion Kaliber. Das war mit... Oh mein Gott. Alter, weg hier. Weg hier. Weg hier. Das wird zu viel hier. Das wird zu viel hier. Ob es durch. Hier wohl im Sinne. So. Ah, another fine day in the city. If your goal is to study the human condition. Today's riddle might have. Listen closely. Think about this. Whatever it takes. What cannot be used before it breaks? Correct. You were once such a fool. Yet you in this... How about you? Oh, look close. Hinweis des Rätselkönigs. Okay. Gut zu wissen. Beiseite mit dir. Sternfragment. Hier ist nischt. Hier ist auch nischt. So, ich würde mich langsam freuen, Digga. Wenn so langsam jetzt der... Was ist mit euch los? Wenn so langsam der nächste Boss kommt. Das würde ich schon fühlen, sag ich dir ehrlich. Junge, bist du ein Hurensohn. Junge, seid ihr Hurensohne. Hoppistig. Ja, mit dir. Maniak, Alter. So. Sicher im Mund. Perfekt. Was mir gerade auffällt, Digga. Das ist, glaube ich, das erste Souls-like, was ich spiele, ne? Davor haben wir eben sogenannte Souls-Bones gespielt. Also. Schlüssel der Wermherzigkeit, okay. Ähm. Davor haben wir ja immer Souls-Bones gespielt. So richtige Promiser für Spiele. Das hier ist jetzt gerade... Alter. Boah, Digga. Der macht ernst. Digga, macht ernst. Verpiss dich, Alter. Das ist schon eine wilde Sache, auf jeden Fall. Aber man sagt ja, das ist das beste Souls-like. Das ist auf jeden Fall... Na, guck mal, wir haben hier eine Abkürzung. Okay, Versorgungsküste. Geil. Und da vorne, glaube ich... Ist auch schon... Der nächste Boss-Fight. Hier Dings brauchen wir nicht. Wir gehen direkt rein hier. Da kenne ich nix. Jetzt bin ich gespannt, welcher Ziegenfick als nächstes kommt. Der sich mit uns anlegen will, ey. Da hab ich Bock drauf. Na, werde jetzt Stress. Willkommen... ...in meinem Gehirn. Dies... ... ist, wo die Evolution reale wird. Fühl mich. Okay, da macht er noch Bruce Lee. Alter. ... Komm! Komm. Und? Reicht das? Leider nicht, Digga. Wir haben nur die Hälfte genommen. Jetzt kommt die zweite Stufe von dem Hund. Okay, ich glaube, der wird zu Bane langsam. Habe ich das Gefühl? Jetzt hat er richtig Bock, Alter. Jetzt hat er richtig Bock. Okay, Baney-Boy. Oh, mein Gott, Digga. Alter, Alter. Komm, mein Hund. Oh, verpiss dich. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Autschi. Autschi. Holy moly. Nein. Da war reingeschissen. Aua. Let's go, Digga. Let's go. Da ist er. Champion Victor, Digga. Why, be humble. I am the world. A better man. Wir müssen Duku singen. Was will denn der Typ? Das sind das, you know, unzun. Was denkst du hat unsere Heimmittel hier bewirkt? Er ist Bruder, laber mich nicht vollkommen, ah guck mal, Schlüsselgaldir, heiligen Dings, okay, eliminated. Geil, lass mal gucken, Digga, ich quatsch mir halt zu viel, ähm, was die jetzt sozusagen verfügbar macht. Also zum einen, was für Items wir kaufen können und zum anderen, was können wir jetzt sozusagen, äh, für eine Buster holen, das interessiert mich jetzt. Der Bruder schweck. So. Vier Fingerhandschuhe, gell. Ähm. Ne, warte, ich kann ja nur hier die Sachen montieren, aber... Ja, gut, die Frage ist halt... Lohnt sich das. Halbmutschen haben wir jetzt mittlerweile sogar, aber das spare ich mir noch auf. Machen wir das hier mal voll, bei jeder Waffe. Das geht. Genau. Jetzt, ähm... Warte, ich will mal erstmal... ...zu dem einen Typen hin. Wo ist der Bruder? Der ist weg. Nein, ich will doch die Waffe montieren. Was ist los hier? Assalamualaikum. Ja, ja, deshalb habe ich dich... äh, geweckt. Ich sollte dir über Simon erzählen. Er ist der gefährliche Mensch in Crot. Simon will eine neue neue Welt erneuern. Das ist die Welt. Wenn du nicht Crot aus dem Sonnen, find die Isle der Alchemisten. Niemand muss wissen, wie ich dort hinbekommen. Ich werde dir so viel helfen, wie ich kann. Okay, ähm... Ich müsste zu einer bestimmten Insel... Ja, gut, da geht es, glaube ich, auch eh weiter. Aber... Dicker, wo zum Teufel? Sind die, wie wir ein bisschen Ducu singen. Buongiorno. Und willkommen in das Haus von Vanini. Ich bin Master Vanini, Major Domo. Das Haus von Vanini hat nur das Haus von Vanini... Das Haus von Vanini... Ich kann Sachen bei dem Kaufen. Ja, gib mir den mal... Ja, komm. Alles mal mitnehmen... Schleifstein wechseln. Ah, okay. Felicitas Salutei! Behold, wenn ich alle will, um zu kommen und zu sein, Vanini! Braucht kein Mensch hier. Aber das Ding ist halt... Ähm... Teleportation... Teleportation... Ach, schauen wir mal da weiter, ne? Was es so geht. Ich bin noch ein bisschen... Verpeilt, muss ich ehrlich sagen. Ich hab bis vorhin noch mit den Jungs gechillt. Wir haben uns einen Film reingezogen. Und, ähm... Ich bin noch ein bisschen müde, muss ich sagen. Wir haben noch 3 auf 14. Aber es ist noch relativ spät. Die Isle der Alchemisten. According zu der Guide, Vanini hat das Ort besucht. Das ist etwas, ich glaube. Ja. Von daher, alle sind gespannt. Hat's so ein bisschen Riese 4? Ähm... Flair, muss ich ehrlich sagen. Feier ich aber. Ey, was geht ab? Ciao, Bello. Es scheint, dass du und ich eine starken Verbindung haben. Äh... Zu reden ist wie mit einer Mauer zu reden. Die auch Alchemist ist... Brother, wir sollten Hallo zu deinen Freunden sagen. Aber es ist wahr, dass wir in etwas von einem Bind. Du hast das richtig, Frau. Ein Moment. Die Alchemisten. Bitte. Bitte. Die Goldkorn. Das ist richtig. Ignore dich. Ich will niemals gehen. Okay, cool. Betteln und... Auf was zu träumen. Bla 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 bla. Dies ist das. Ja komm, bring mich zu diesem Island. Laber nicht viel, bring mich dahin. Ich will die nächsten Bosse klatschen, Alter. Oh, Mann. Halleluja. So, jetzt sind wir sozusagen auf dieser Insel, was? Schauen wir mal. Straßen... Okay, ne. Die Straßenboden. Jetzt haben wir hier so ein Ding. Sehr schön. Ein Stargazer. Okay, es gibt keine einfache Weise zu sagen. Es ist ein Publislauf. Menschen nennen es einen illegalen Dumping-Site. Die Stadt versucht zu übernehmen. Eines war noch lange zu gestalten. Ich habe gesagt, dass die Einige, ich habe gesagt, dass die Einige, die ich in diesem Ort auch habe. Ich habe nur eine Schlimmste, die zu denken. Oh, warum bin ich daran gedacht? Freunde Sohn. Die schlucken schon viel, die Cousins. Oh, da musst du aufpassen, dass es explodiert. So. 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 Aua Oh, piss dich Oh mein Gott Was war das denn? Ach, da oben die Hurensöhne Na wartet Oh, die schwick ich noch Verderbnis, weg hier, weg hier, weg hier Warte, so ein Alte, muss ich scheiß da drauf Oh mein Gott Ach, du Kacke, warte mal Da muss ich eins nehmen jetzt Boah, die gegen die mittlerweile, muss ich sagen Echt verdammt viel Alter Man Digga Verpiss dich, älter Mistgebot Du, dich auch Junge Beiseite Oh nee Oh nee Sehr schön Cool Wild Okay, dann haben wir sozusagen nichts anderes außer das hier ein bisschen Das passt aber schon So, Digga, wir sind jetzt schon bei fast 25 Minuten, älter, ist krass, wie schnell die Zeit vergeht, man Okay, warte, ich komm, glaub ich, von Oh mein Gott, oh nein Welcher Nuttensohn war das, älter Welcher Nuttensohn war das Du dummes Stück Scheiße Mieser Penner, älter Fick dich Let's go Nice Runter damit Eine Kette, cool Was, warte, was ist da oben Lass mal was gucken Warte, ich hier oben Okay, das muss was krasses sein Weil sonst würde der hier nicht wache stehen Ah, ein Wiederaufstehungssamolett, geil Was ich doch wildern So, wenn du ruft, wir den einmal drinnen, Boss Wenn wir es gebrauchen können Okay, guck mal, jetzt haben wir den Abkürzungen geöffnet Jetzt geht es hier weiter Ey, was geht ab? Warte, 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 warte Boah, ein fettes Schwert Okay, lass das mal testen Wir testen das mal auf Stufe 1 Wenn es mir gefällt Was es glaube ich wird Können wir das eh gleich hochpumpen Das macht schon Damage Auf, ähm, aufs Maximum Was geil ist, je mehr ich das benutze Siehst du das, desto mehr wird es zur Klinge Digga Diese Scheiße, Junge Okay, das Schwert regeneriert sich wieder Oh, yes Der ist Schwert, Bock, Mann Das, Alter, bist du ein Huren, Sonoben Junge, bist du ein Hund Just Das ist Aber auch sehr wild Ja, das ist Das ist auch wild Okay, aber nutz Wir mal wieder ein bisschen Gehen wir mal ein bisschen mit der Waffe rein Gehe kaputt, die Scheiße, junger Hund Schießt mich das Jan die ganze Zeit Ich glaube, es hackt So Nice Holy shit Alter Titt macht Damage Du Leck mich dick Ah, ich fahr ja die Bosswaffen sehr Die sind wirklich cool gemacht So, warte Es geht theoretisch Nee, geht's nicht Obwohl, geht's schon Warte, ich muss ganz kurz gucken Ah, du Mist Geburt Hundesund Langsam wird's kritisch Mit den Zellen Oder mit den, ich sag mal Mit den Flakons Schön Okay Ich glaube, ich muss hier durch Tschüssi Tee hat's auch hier fressen So, dann mal hier zum einem Wow So, sie existieren Andere Puppets, wie ich, nicht verbunden Ich dachte, ich war immer allein Monströser, human, wenn ich sie weiß Hallo, mein einziger Freund Ich sehe, wie ich bin Cool Danke Ja, okay, recht Hallo, mein einziger Freund So Ja, mein Junge Der ist im Arsch So, lassen wir ganz kurz hier Einmal absaven Und jetzt würde ich gerne Darüber Ich glaube, eine Rezeption ist immer noch nicht da Hm Äh, was verbessern So, lassen wir das Ganze hier Bis auf Stufe 3 Ja, Vollmond ist wohl das, das müssen wir noch gucken Das kriegen, Alter Ich passe auf 3, Dicker Das passt schon Ähm, jetzt gehen wir wieder hier durch So Pildere Dings mit Oh mein Gott, nicht noch eins Ja, das ist ein ganz fette Vieh Lass mal hier ganz vorbeigehen Ey, gib mir das Nein Das war nicht schlecht, aber Ich würde schon gern Ich kriege irgendwie im späteren Verlauf Die Steine bekommen Die wichtig sind Das ist das Gebot Okay, geil Sehr geil So So Wäre jetzt hier eine Abkürzung, oder Hier ist was denn nötig So Gehen wir mal hier hoch Salamulego Was haben wir denn hier schönes Was ist das hier Okay, wieder Irgendwas zum Lesen Ist ich im Mond entspannt Das war hier runter Okay Was ist das, Bro? Oh, das muss ich ein ziemlich urgentes Bezpiegel Um herauszufinden, um meine humblende Bezpiegel Du bist noch nicht schreitig Ich... Fass mich Ach, du, den Stress? Keine vitalen Bezpiegel Du musst bist tot Ich werde dich direkt ausreden Das war's für heute. Und meine Verpflichtung hat einen Doktor. Alles sollte enden, während du dich erinnerst. weg ist er gar kein problem hier das haben die gut gepächt stellt das haben du gepächt oder damals so was für schien ist damals sage ich schon die ganze das spiel um die 10.000 jahre alt wo das erschienen ist das wurde ja richtig gemeckert dass das sag ich mal ja kaum zu blocken ist das haben jetzt auf jeden fall gut gepächt muss man sagen das ist relativ einfach zu zu blocken ich weiß nicht wie es davor welches vom patch gespielt aber und gut gemacht was wir doch hier wirklich gefällt die leute die höheren hat auch auf die community wenn was nicht gut ist dann hören die da drauf und die machen das halt auch wirklich dann auch brille das ist das geile ich habe die art noch mit diesen robotern also schon arsen boss mit diesen och mein gott warte malkot warte malkot warte malkot Aua Nice De älste Hier ist auch der zweite Ouch Weg 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 Meine Fresse Na komm Autsch komm Jetzt gleich dort Let's go Noch nochmal Quarz So dann haben wir zwei Bosse weg Junge das Ding da oben Das ist so ein Hut Und so Das ist unfassbar Okay Jetzt müssen wir hier lang Jetzt muss ich von der anderen Seite öffnen Warte Gehe ich hier so runter So Oh oh Nicht runterfallen Entspannt 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 Wie viel habe ich noch 40 Minuten Okay easy Alles gechillt Warte hier lang Genau So Jetzt hier runter Nice Hermit Schön Ah shit Oh oh Nice Was ist da drin Warte mal ein schönes Warte mal ein schönes Legionskaliber Cool So So Jetzt erstmal weg hier Äh Jetzt glaube ich hier lang Wir sollten mal die Waffe schleifen So Okay da falle ich Oh mein Gott Ja wie ich es gesagt habe Da falle ich auf jeden Fall runter Oder Ach du scheiße Das ist ja bodenlos Das ist ja bodenlos Oh nein Nein, 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 nein Nicht unterfallen Komm her Jamaniak Halbmondstein Geil Brauche ich Sag ich Nein Nein, nein, nein Nimm es, nimm es Geh weg Nein, 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 nein Huch Huch Alter Schwede Es ist teilweise schon Cool Alter Fick dich doch Komm Bewegt dich Bewegt dich Bewegt dich Bewegt dich Oh mein Gott Okay, okay Alles klar Alles klar Runter Hier runter Hier runter Hier Erstmal Dings geben So Perfekt So Perfekt Beiseite mit euch Alter Dings nice zashim Ah, das fehle ich doch, Alter. Oh, cool. Nochmal eine neue Waffe. Sage ich. Sehr wild. Okay, wir haben noch ein paar Minichin. Und wir haben uns hier... Alter, bist du fett. Nein. Oh mein Gott. Warte. Verpiss dich, ich will dich nicht überarmen, Mann, du Hurensohn. Mann. Du dummer Noten. Verpiss dich, Alter. Und? Richtige Noten. Hier langsam sieht es mit dem Leben, ich sagte ehrlich, kritisch aus. Aber, ich sehe gerade, wir könnten theoretisch jetzt hier unten. Ja, 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 ja. Ich glaube, dass das passiert. Da wartet aber unser schon noch nicht. Was soll das hier runterschieben? Ich will mal was gucken. Ich nehme das jetzt, es lädt sich das auf. Lädt sich aber automatisch auf. Das ist geil. Guck mal, siehst du, wie schnell ich das auflädt, Alter? Das ist krass. Gut. Ich bin jetzt zwar, schaffe ich das? Ich glaube, es geht gar nicht, ne? Das ist zu weit entfernt. Ich meine, er springt jetzt nicht weit. Ist aber auch nicht kurz, aber es ist zu weit. Um zu sagen, okay, ich packe das jetzt, weißt du? Kannst du mal probieren? Ne, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist hier nicht möglich. Das heißt, ich muss hier einen anderen Weg suchen. Ach guck mal, hier geht's weiter. Das ist doch Herz aller Liebes. So, weg mit dem Scheiß. Braucht keiner. So, jetzt hier runter. Oh, ich weiß. Oh, ein Schuss. Das kam aus der Richtung der Kratz-Central Station. Oh, das könnte sein, Mann. Ja, wirklich, wirklich schlecht. Hey, bist du auch ein Trescherhunter? Es ist verrückt für mich jemanden in meiner Richtung zu arbeiten. Ich weiß, wie das sieht, aber... Du wirst nicht wissen, wie ich... Leben ist... Alles, was ich tun kann... Du hast nie... Und als Professioneller... Ich weiß die... Die Räume... Alidoro... Die Alchemisten... Ich meine, komm mal! Okay... Und wir sind jetzt hier beim nächsten Boss. Perfekt. So, lobe ich mir das. Ja, was ist das denn für ein Fickwesen? Junge, ist das viel hässlich. Oh, ne, ne riesengspirrige Haarseinsekt! Ich würde sagen, von dem ficken wir noch die Mutter und dann... Äh... Ja... Sind wir auch schon bei der Zeit angelangt. Wir müssten aber easy klatschen können. Wenn das jetzt kein Überbossboss ist. Weißt du, ich mein? Unis Monster aus dem Sumpf. Oh Gott! Alter Schwede, bist du ein Hurensohn! Oh nein, 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 nein! Alter Schwede! Okay, der macht ernst. Und das macht ihm gute Damage. Jetzt gehen wir... Hier noch hinein. Perfekt! Als ob das Vieh immer noch steht. Ah ne, jetzt gibt er die zweite Form. Okay, ja gut, jeder... Fast jeder Boss hat die zweite Form. Also, großer Boss. Alter, das erinnert mich ja das eine Vieh aus Resident Evil 5, ne? Direkt so aus den ersten Kapiteln gab es auch so ein Wesen, das aus den Dächern kam und aus so einem menschlichen Körper übernommen hat. Das erinnert mich daran. Oh, das Wesen ist so hässlich, Digga, wie... Oh mein Gott, durch... Alter, durch den Kopf, Digga, von dem Vieh, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter Schwede, alter Schwede! Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Let's go. Ich wusste, dass du es würdest. 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 Ich habe meine Dank. Danke, Fjord. Let's go back to that. Cool, bester Mann, Digga. Bester Mann. Er hat doch nicht geglaubt. Ein einziger auf der Welt, Junge. Spaß. Alter, guck dir das mal an. Wie viele Leute hier. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. So. Aber der Mann ja gerade in der Rezeption ist immer noch nicht da. So, warte mal. Wer war das? Warst du das? Bei der Haus. An der Haus. Der Master von Matron. So. Bei der Haus. Das ist ja schön zugefügt. Ich kaufe mal alles ein, dann gucke ich mal, was das alles macht So, ähm Jetzt erst mal kurz Es ist noch gut in der Zeit, so ein Demo, der müsste hier hinten sein Ja, da ist er ja, was geht ab? Oh, geil Ein Katana-mäßiges Zwei Drachen-Schwert, geil Das ist endlich mal ein Schwert, Digga Wie geil ist das denn? Okay, das wird auf jeden Fall erst mal Wo ist die alte? Madame, Salamu alaikum, wo bist du? Da, links So Genau, das ist deine Bosswaffe So, jetzt lassen wir mal gucken, wie gut das Ding ist Ah, warte Ah Verstehe 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 Check ich Geil, okay Ist auf jeden Fall ganz wild Was ist jetzt damit eigentlich? Ich bin Stufe 3 Ah Das ist jetzt der Modus Geigeile Scheiße Ja, es bockt schon Das ist schon wild, Digga Okay, wild Ich muss sagen, die Waffe, Digga, vor allem Wenn die rein Scheppert, Digga Das ist Also das schwer Das ist wirklich Auch geisteskrank Gut Perfekt Wir sind jetzt bei 56 Minuten Da würde ich sagen Gehen wir erst mal wieder darüber Und die ganze andere Sache Ich schaue euch mal in der nächsten Folge nochmal genauer an Da wir jetzt hier nicht so viel Zeit für Aber halt einfach bevor ich dann aufnehme Gucke ich mir das alles an Ja gut, da würde ich sagen Wir haben hier, wie gesagt Den Letzten Boss besiegt Da würde ich sagen Wir machen jetzt hier mal einen Cut Wir sehen uns in der nächsten Folge Wenn es wie heißt Let's play Lies of P Bis denn Check die Meals auf die Schrieg Zwiebeln Und haut rein Bis denn